5, 4, 3, 2, 1, 50, 6 rechts über Gruppe, sehr lang, macht zu, in 4 links über Gruppe, in 3 rechts über Gruppe, in Don't Cut, 2 links, macht zu lang, macht auf über Gruppe, 80, über Gruppe, 6 links, 30, 6 links, über Gruppe, sehr lang, macht zu, 4, in 5 rechts, in 5 links lang, macht auf über Gruppe, 80, in 3 links lang, macht zu, in Cut, 4 rechts über Gruppe, 130, über Gruppe, Cut, 4 rechts über Gruppe, 50, Gruppe, in 3 links, macht zu, durch Senke, in 4 rechts, macht auf über Gruppe, Kuppe in 4 links, macht zu, macht auf voll, über Kuppe 80, 5 links, in rechts halten für 30, Kuppe in 4 links, in 5 rechts, über Kuppe in 6 links, macht auf, mittig halten, Überspruch 50, 6 rechts, mittig halten, über Kuppe und Kuppe 2 mal, 100, don't cut, 6 rechts, 60, 4 rechts, macht auf, über Kuppe in 5 links, macht auf, über Kuppe 60, Kuppe in 4 links, 3 links, macht auf, voll, mittig halten, über Kuppe in 6 rechts, 50, 6 links, 8 auf, über Kuppe in 5 rechts, langsam, 80, 6 rechts, über Kuppe 60, Abzweig, verdeckt, kehre links, macht auf, bergauf, 100, 6 links lang, über Kuppe und 6 rechts, extra lang, macht zu, 3, bei Posten, macht auf, 40, links halten, über Kuppe 2 mal, in 6 rechts, über Kuppe, sehr lang, macht zu, langsam, 4, macht auf, über Kuppe, in Abzweig, verdeckt, kehre rechts, 60, 4 links, macht auf, über Kuppe, macht zu, 2, macht zu, 30, 5 links lang, macht auf, 150, Kuppe lang, in 4 rechts, 50, 4 links, macht auf, 70, frühe 4 links, 100, 6 links, über Kuppe, bei Stämmen, 60, 5 rechts, macht auf, über Kuppe, 30, 4 rechts, über Kuppe, 30, 4 rechts, über Kuppe, langsam, 5 links, bergab, hinten, kehre rechts, in 5 links lang, macht zu, 3, durchsenke, macht auf, lang, über Kuppe, 100, 5 links, über Kuppe, sprung, langsam, 50, kehre rechts, verdeckt, weit, 50, 5 links, über Kuppe, 40, 5 links, über Sprung, macht auf, 50, 3 links, macht auf, 70, rechts, 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 halten, über Kuppe, über Ziel, und 4 links, lang, don't cut, bis Stopp. Eine 3,35 mit dem VW Polo GTI, heute in Dirt Rally 2.0. Ja, Freunde, ich möchte euch mal ganz kurz noch eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Dieses Video soll eigentlich nur dazu dienen, dass ich mal wieder reinkomme in Simracing. Ich war jetzt lange, lange weg, den Grund dafür kennen die meisten. Ja, es war nicht ganz perfekt, ich mag, ich habe noch ein paar Defizite. Wir lassen es langsam angehen, aber es soll ein Signal an euch draußen sein. Ich lebe noch, es geht auch mit Simracing weiter, wie immer aus unserem Funattack Race Room Rennsetup. Und ich freue mich auf weitere Videos, ich hoffe, ihr auch. In dem Sinn, macht's gut, bis dann, euer Jogi. Ciao. Ciao.